Hexenjagd von Arthur Miller in der Regie von Jan Bosse Nebst Tod eines Handlungsreisenden ist Hexenjagd das bekannteste Stück des amerikanischen Dramatikers Arthur Miller. Er schrieb es 1953 und es wurde noch im selben Jahr am Broadway-Uhr aufgeführt. Das Stück wurde nicht nur weltweit am Theater häufig gespielt, sondern auch mehrfach verfilmt. Das Drama beruht auf wahren Begebenheiten, die sich 1692 in Salem im heutigen Bundesstaat Massachusetts zutrugen und Miller verwendet die Originalnamen der beteiligten Personen. Es handelt sich um eine der wenigen und vor allem späten Hexenverfolgungen in Neuengland, aber dafür um eine mit großem Ausmaß. Eine Welle der Denunziation führte dazu, dass ca. 300 Personen verdächtigt, 30 verurteilt und schließlich 19 Personen und zwei Hunde hingerichtet wurden. Obwohl Miller sich bereits länger mit den Originaldokumenten befasst hatte, gewann seine Beschäftigung mit den Vorgängern in Salem vor dem Hintergrund der Kommunistenverfolgung während der McCarthy-Ära im Amerika der 50er Jahre an Schlagkraft und wird hauptsächlich als Kommentar Millers auf das Klima der Angstmache und Denunziation unter McCarthy gelesen. Hexenjagd, in vier Akte gegliedert, spielte in einer puritanischen Dorfgemeinschaft. Die Bewohner von Salem waren Nachfahren der englischen Pilgrim Fathers, die mit der Mayflower 1621 nach Amerika gekommen waren. Aufgrund der Verfolgung von Puritanern in England bildeten sie die Mehrheit der Neuankömmlinge und versuchten in Siedlungen ein neues Jerusalem nach ihren strengen bibeltreuen kalvinistischen Idealen aufzubauen. Der Abkehr von allem Weltlichen, allen Vergnügungen und stattdessen das Erstreben göttlicher Heilsbringung durch Fleiß und Arbeit. Die Theokratie, die sie errichteten, diente nicht zuletzt dazu, die Gemeinschaft angesichts des bedrohlichen Neulands und des äußeren Feinds der Indianer zusammenzuhalten und zu stärken. Gleichzeitig drohte diese enge Gemeinschaft, 1692 durch Aufsplitterung der Interessen bereits auseinanderzubrechen. Es bildeten sich unterschiedliche ökonomische Zielsetzungen heraus und Säkularisierungsbestrebungen nahmen zu. Dies führte zu einem Klima der Verunsicherung und Angst innerhalb der Gemeinschaft, die den Aberglauben nährten. In dieser Atmosphäre, einerseits einer Bedrohung von außen und andererseits einer strengen Reglementierung, Kontrolle und Unsicherheit im Inneren der Gemeinschaft, muss man sich die Ereignisse von Hexenjagd vorstellen. Nachdem der Pastor von Salem, Samuel Parris, einige Mädchen im Wald beim Tanzen erwischt, fallen die Mädchen in eine Art Dämmerzustand, bewegen sich seltsam oder sind gar bewegungslos. Dieser Zustand kann von keinem Arzt erklärt werden, woraufhin schnell der Verdacht um sich greift, dass Hexerei im Spiel sein könnte. Man ruft deshalb nach einem Experten von außen. Pastor Hale, Exorzist. Er kommt ins Dorf, um sich der Sache anzunehmen. Abigail, eines der Mädchen, begreift als Erste, dass sie einer Strafe aus dem Weg gehen können, indem sie andere anschwärzen und der Hexerei bezichtigen. Unter dem stellvertretenden Gouverneur und Richter Danforth wird ein Gericht installiert, in dem die Mädchen als Zeugen auftreten. Einzig der Bauer John Proctor warnt davor, den Anschuldigungen der Mädchen Glauben zu schenken. Aber auch sein Haus bleibt vor der Denunziationswelle nicht verschont. Abigail, die eine Affäre mit Proctor hatte, bezichtigt seine Frau Elizabeth der Hexerei. Proctors Versuch, Elizabeth mithilfe seiner Hausangestellten Mary Warren zu retten, führt schließlich nur dazu, dass er selbst ebenfalls verhaftet wird. Er gesteht sein Verhältnis mit Abigail, um deren Motiv zur Denunziation offenzulegen. Aber Elizabeth möchte seine Ehre retten und verleugnet vor Gericht die Affäre, woraufhin Proctor eines Paktes mit dem Teufel bezichtigt und angeklagt wird. Als schließlich doch noch Zweifel an der Schuld der Beschuldigten aufkommt, ist es zu spät. Nachdem erste Todesurteile vollstreckt wurden, droht das Gericht, seine Glaubwürdigkeit zu verlieren, würde es seinen Kurs ändern. Pastor Hale ist der Einzige, der zur Einsicht gelangt, aber erkennen muss, dass er gegen den Wahn nichts mehr ausrichten kann. Vordergründig verfolgt man die Entwicklung dieser Spirale von Hysterie, Denunziationen und Anschuldigungen. Spannend ist aber auch, dass Miller aufzeigt, wie die einzelnen Personen diese Dynamik zu ihren Gunsten auszunutzen wissen. Schritt für Schritt lässt er einen erahnen und spekulieren, welche verdeckten Motive hinter den Handlungen der Beteiligten stecken. Es zeigt sich allmählich das komplexe Beziehungs- und Konfliktgeflecht dieser Dorfgemeinschaft. Die Instrumentalisierung der Ereignisse zu eigenen Zwecken bedeutet nicht zuletzt eine Ermächtigung. Einfache Leute wie Sekiel Chiever zum Beispiel erhalten plötzlich Machtpositionen. Er wird zum Gerichtsschreiber und Marshall befördert. Auch den Mädchen oder einer Magd wie Mary Warren bringen die Prozesse Aufmerksamkeit und Bedeutsamkeit, die sie nutzen. Einige Interpreten beziehen sich zum Thema der Instrumentalisierung auch auf einen Konflikt zwischen den verfeindeten Familien Putnam und Porter. Sie besagen, dass die Putnams versuchten, durch die Prozesse den verfeindeten Familienclan zu schwächen. Die Themen, über die man bei Millers Hexenjagd sprechen kann, sind zahlreich. Und es gibt kaum einen Hexenprozess, der so gut dokumentiert und erforscht ist wie der in Salem. Die Themen sind zwar einerseits sehr speziell in diesem Fall verankert, aber es lassen sich gleichzeitig zahlreiche Bezüge zu zeitunabhängigen gesellschaftlichen Phänomenen auftun. Ein Thema des Stücks, das viele Forscher beschäftigt hat, ist das der Massenhysterie. Es gibt zahlreiche Erklärungsversuche, psychologische, sozialtheoretische und medizinische, welche Konditionen genau zu den hysterischen Anfällen der Mädchen geführt haben. Gefühlsansteckung. Ein Begriff, der beschreibt, wie ein emotionaler Zustand bei anderen Menschen unwillentlich zur Imitation führen kann, spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Hysterie ist auch als ein Ausdruck des Befreiungstrangs dieser jungen Mädchen vom Zwang und der Enge dieser puritanischen Gesellschaft zu lesen. Wichtig ist außerdem, dass die Besessenheit für die Mädchen einen Weg darstellt, einer Bestrafung zu entgehen. Denn geben sie zu, von einer fremden Macht beherrscht zu werden, werden sie nicht verurteilt. Dasselbe gilt auch für alle denunzierten Angeklagten. Die einzige Möglichkeit, dem Todesurteil zu entkommen, ist, dass man gesteht, vom Teufel besessen zu sein. Wie bereits erwähnt, bezieht sich Miller in Hexenjagd auf die Stimmung in den 50er Jahren unter McCarthy. Miller war selbst betroffen von den Kommunistenverfolgungen. Nach einer Zusammenkunft von Autoren und Journalisten in New York erhielt er eine Vorladung und sollte kommunistische Versammlungsteilnehmer verraten. Er weigerte sich und erhielt eine Haftstrafe, die aber später in einem Rekurs aufgehoben wurde. Mit diesen Vorgängen verknüpft sich für Miller außerdem eine persönliche Enttäuschung. Sein enger Freund, der Regisseur Elaya Kazan, saß im Gegensatz zu Miller als seine Pflicht, Kommunisten zu verraten, woraufhin die Freundschaft mit Miller zerbrach. Arthur Miller war das Politische des Theaters besonders wichtig. Er galt als scharfer Sozialkritiker und äußerte sich zeitlebens bis zu seinem Tod 2005 zur Politik in Amerika. Der Regisseur Jan Bosse inszeniert nicht zum ersten Mal in der Halle des Schiffbaus. Er hat hier 2007 seine sehr erfolgreiche Hamlet-Inszenierung konzipiert, die zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Für den Regisseur spielte die Wahl des Stoffs in Kombination mit der speziellen Gestaltungsmöglichkeit in der Halle eine große Rolle. In einem Gespräch für unsere Theaterzeitung meinte er, Massenhysterie in der Halle, das war das interessante Stichwort. Er hätte den Stoff nicht in einer Guckkastenbühne gemacht. Hier in der Raumbühne konnte er zusammen mit seinem Bühnenbildner Stéphane Lémy eine Situation kreieren, in der die Zuschauer am Rande eines Dorfplatzes ihre Sitze einnehmen. Regisseur und Bühnenbildner haben eine ganz eigene Situation der Öffentlichkeit geschaffen, in der die Spieler auch um die Zuschauer herum agieren. Es geht ihm dabei um eine erweiterte Form der Teilhabe. Man ist in den Geschehnissen drin, rundherum begrenzt durch den großartigen Prospekt von Haftzimmermann, der den auch bei Miller erwähnten Wald zeigt. Der Wald als Begrenzung dieser Gemeinschaft, aber auch als der Ort, den die Bewohner als letztes Refugium des Teufels wahrnehmen.